Hi, willkommen zur zweiten Folge Rise of the Tomb Raider. Wir suchen das Grab des Propheten. Und ja, wir sind nicht die einzigen. Wurden schon im letzten Part etwas unsamts hier empfangen. Aber wir konnten die Situation überleben. Sieht hammer-mega-geil aus. Dafür, dass das Spiel schon etwas älter ist. Und wir sollen da hinten hin. Ich weiß gar nicht mehr. Aber das Release-Datum war, glaube ich, für die Xbox 2.15. Und für die Playstation dann... Ich rede, glaube ich, kompletten Blödsinn, ne? Ah, ich habe so einen Doppelschwung, okay. Ich versuche mich gerade zu erinnern, wann das Erscheinungsdatum des Spiels war. Ist das schon so lange her? Fünf Jahre? Ich weiß halt, dass es eine Zeit lang Xbox-exklusiv war. Opsala. Ja, kann gegebenenfalls jemand, der das weiß, ja in die Kommentare schreibe. Ich meine 2.15, 2.16 irgendwie um den Dreh. Also gute vier Jahre oder fünf Jahre schon her. Da hat sie eben aus irgendwelchen Gründen nicht gegriffen. Ich weiß nicht, warum. Oh nein, sie sind schon hier. Ich muss da rein. Ja, okay. Dann schnell. Mit Trinity ist nicht zu spaßen, wie wir in den letzten Parts erfahren haben. Oh ja, genau. Wir reißen erstmal alles hier komplett nieder. Okay, kommt wenigstens keiner mir hinterher. Das ist ja auch was Gutes. Aber ich komme auch nicht zurück. Ach, Rückweg. Wir brauchen sowas schon. Wir schauen nur nach vorne. So, diesmal packst du dich gefälligst. Schön dabei. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Okay. Ein Durchgang. Wenn wir in ihren Hubschauer kommen, kommen sie hier nicht rein. Das ist schon mal was Gutes. Ja, diese komische Leuchte, das ist auch ein Feature des zweiten Teils. Sehr nützlich in Höhlen. Wenn sie funktionieren würde. What the fuck? Der Kollege ist, glaube ich, schon etwas länger hier. Boah, diese ganzen Skorpionen, ne? Also, wenn die um mich so rum wäre. Ich hätte da tierisch Schiss vor, dass die mich angreifen. So. Jetzt sind wir, glaube ich, sind... Jetzt sind wir, glaube ich... ...den Grab selber drin. So. Wir nehmen mal alles hier schön gründlich unter die Lupe. Ihr kennt meine Verpeiltheit, also... ...braucht euch nicht wundern, wenn ich Sachen... ...vergesse. Was ist eigentlich die Herausforderung hier im Grab? Ich habe ja schon ein bisschen was gefunden. Guck mal, ich weiß nichts von der Herausforderung. Meistens sind Herausforderungen Sachen... ...wo man einfach Sachen irgendwie abschießen muss... ...oder fucking entzünden. Irgendwie sowas halt immer, ne? Der Prophet ermordet durch den Trinity-Orden. Echt? Gibt's die schon so lange? Okay. Dann ist es sehr traurig, dass sie immer noch sein Grab nicht gefunden haben. Und wir führen sie wahrscheinlich jetzt direkt dazu. Was haben wir hier? Mein Sohn, der Trinity-Orden hat erfahren, dass die Anhänger des Propheten ein großes Grab bauen. Bei einer Oase aus Salberias. Noch beunruhigender ist, wir dachten, dass sie das Grab für ihren Propheten bauen. Aber Trinity glaubt jetzt, dass er noch lebt. Offenbar predigt er seine Irrlehren den Einheimischen... ...und gewinnt mit Geschichten seines Sieges über den Tod täglich mehr Anhänger. Er ist ein Lügner. Ein Ketzer. Der Wunder beansprucht, die nur Gott vollbringt. Du hast geschworen, er sei tot. Hast du uns getäuscht? Das erinnert schon ein bisschen an den ersten Teil. Da gab's ja auch so... ...en Typen, der... ...Gott spielen wollte. Miss Hios hieß ja, glaube ich. Ich find's cool, dass die Dokumente so von Sokronensprechern vorgelesen werden. Denn muss ich das nämlich nicht machen. Okay. Oh ja. Moment, wir kriegen, glaube ich, hier... Guck doch... Ja, okay, jetzt hat sie sich nicht mehr gebückt. Aber eben war die Fallspitze fast an meinen Hals, würde ich sagen. Ah, okay, das kann ich kurz schießen. Wo kann ich überhaupt sehen, wie viel Muni ich habe? Oder ist das noch nicht relevant? Sie hat doch nur eine Pistole. Ich habe unendlich Muni. Warum? Daran kann ich mich null erinnern, Leute. Ich meine, man hat begrenzte Munition. Sie sprengen sich den Weg frei. Okay. Hoffentlich stürzt ihr nichts ein, während ich hier nur drin bin. Okay, das scheint unser erster Rätselraum zu sein. Dafür ist der Tomb Raider bekannt. In den alten Teilen ein bisschen kniffliger als in den neueren, aber immer noch okay, wie ich finde. Muss ich das runterschießen? Ja. Ja. Was kriechst du die ganze Zeit so? Sind es richtige Gase hier? Oder kannst du den Staub nicht ab? Hä? Muss ich da nicht hochziehen? Da ist doch so ein... Okay. Jetzt bin ich schon verwirrt. Und irgendeine Keuche geht mir auf den Sack. Moment. Man kann das Wasser steigen lassen, glaube ich, wenn man das hier kaputt macht. Ich sollte vielleicht noch öfter... Öfter meinen rechten Analogstick benutzen und mir das hier so anzeigen lassen. Wenn man mal nicht weiterkommt, hilft das schon sehr. Jetzt kommen wir auf eine Ebene höher. Aber okay. Aber Lara, erstmal die Haare machen, ne? Man ist kurz vorn sterben, aber die Haare sind wichtig. Okay. Mir scheint nichts mehr zu sein. Jedenfalls hoffe ich das. Das ist ein Point of my Return, ne? Jupp. Was? Ja, wir sollten hier schnell raus. Ich stolper von einer Falle in die nächste. Das ist nicht gut. Ah, ich kann schnell schwimmen. Okay. Komm, 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 komm! Schwimm ist, glaube ich, auch im Vergleich zum Vorgänger ein neues Feature. Gab's, glaube ich, nicht. Steinig mich bitte nicht, wenn das falsch ist. Aber ich glaube, es war so. Der sieht echt wunderschön aus. Wenn ich richtig liege mit 2,15, das ist fünf Jahre her. Also, mega. So, da soll ich hin. Geht zurück an die Etage der Handelsgrabkammer. Äh, Hauptgrabkammer. Lern lesen die Bett. Kann ich eigentlich tauchen? Kann ich schnell schwimmen? Anscheinend nicht, okay. Ich muss irgendwie weiter hoch. Vielleicht den Wasserstand erhöhen. Ja, hier kann ich wieder eine Mauer zerballern. Gibt es hier noch irgendwie was Interessantes? Sind das die Herausforderungen da? Diese Lampen? Ah, nee, da oben. Sind sie. Ich hoffe, die gab's nicht schon vorher. Weil dann hab ich welche verpasst. Weil wir schon ja einen Point of No Return haben. Oder hatten. Aber da kommt man ja dementsprechend nie wieder hin. Also würde ich sagen, dass die erst jetzt kommen dürften. Da ist das nächste. Achso, weil ich im Wasser bin, zieht sie nicht. Kann ich das von hier auf sehen? Das sieht schlecht aus. Gucken wir mal, ob wir noch andere entdecken. Nope. So, was muss ich hier machen? Kann ich da ran hochklettern? Na. Da kann ich rutschen. Ich muss den Wasserstand irgendwie erhöhen, damit ich da oben hinkomme. Das heißt, ich muss das irgendwie... Ah, okay. Das... Nee, das geht nicht so. Ich bin schon etwas auf dem Schlauch. Da kann man da hoch. Das sieht nicht so aus. Ah, da kann man hoch. Okay. Und da kann man auch hoch. So, von hier aus kriege ich aber die heraus... Ich hab die noch gesehen. Wo ist die? Ah, krieg ich das schon hin. Wie viel muss ich davon überhaupt... finden? Das find ich ein bisschen blöd, dass das mir nicht angezeigt wird, wie viel ich von diesen Fuckhand abschießen muss. Ah, mir werden hier schon Verstecke angezeigt. Was haben wir hier? Bin ich von hier gekommen, Leute? Glaube, ne? Ja. Ich hab keine Orientierungssinn, falls ihr neu auf dem Kanal sein solltet. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Okay, es fügt, glaube ich, keine Alternative an dieser Kletterpassage vorbei. Schön mit Totenköpfen gespickt. Okay. So. Wo ist denn jetzt diese scheiß Lampe? Ich hab die von... Da, wo ich das Wasser kaputt gemacht hab, gesehen. Oh, oh. Ach so. Der Wasserpil gesteigt. Okay. Wollte ich gerade sagen. Das... Müsste dann okay sein. So, hier haben wir... Was? Noch ein religiöses Symbol. Aber das hier ist... Simpel und handgemacht. Der Prophet muss Anhänger in allen Schichten gehabt haben. Ja, man kann halt solche Dinge erfinden, die man sich angucken kann. Und im ersten Teil war das so, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, findet sie irgendwann noch ein anderes Geheimnis und man kriegt dann noch zusätzliche Erfahrungspunkte. Ist bei diesem Ding hier anscheinend irgendwie nicht der Fall. Ich weiß nicht mehr, ob es im zweiten Teil irgendwie weggefallen ist. Dass man die sich öfter und genauer angucken soll. So. Ist das... Herausforderung? Zwei von sieben. Okay. So, ich müsste jetzt auch die andere bekommen, oder? Da hängt was. Drei von sieben. Es tut mir leid, dass ich hier nicht so durchwasche, aber ich möchte das Spiel genießen und... Ähm... Ja, möglichst viel entdecken. Auch wenn ich nicht alles finden werde. So, dann können wir hier eine Ebene jetzt höher. So, ich denke mal, nach hier rechts muss ich. Gucken wir mal, ob hier was... ...interessantes drin ist. Das sieht so aus, als ob ich runterfalle. Da ist noch was, was wir wegschießen können. Gucken auch mal ein bisschen öfter auf die Karte. Da hinten ist ein Versteck. Ich bleib mal erst hier oben. Ich weiß nicht, ob ich hier wieder hinbekomme. War das in Falle? Sie sind fast drin. Und wir kriegen Besuch, aber ich werde mich trotzdem nicht vereilen. Was ist das da? Mein Herr, was Sie sagen ist unmöglich. Ich selbst trieb einen Speer ins Herz des Propheten. Ich sah ihn sterben. Ohne Zweifel haben seine Leute jemand anderen in seine Robe gesteckt, um die Lügen weiter zu verbreiten. Sie sind gebrochen, diskreditiert und verbrannt. Wir ziehen nach Süden und erledigen den Rest seiner Leute. Wenn das so ist, wenn das mit dem ewigen Leben stimmt, dann könnte er doch ein Leben sein. Wir gehen mal hier runter, würde ich sagen. Da ist ein Münzversteck, das möchte ich gerne finden. Da oben, okay. Und was ist das da? Je mehr wir entdecken, umso mehr Erfahrungsmonte kriegen wir auch. Und das ist gut, um neue Fähigkeiten, glaube ich, freizuschalten. Aber das wird uns bestimmt noch erklärt. Wir sind in einer Art Tutorial noch. Oder? Was könnte man hier? Ressourcen. Ja, ich meine, das hier ist so eine Art Tutorial noch und, dass mir das irgendwann erklärt wird. So, wo war das andere Münzversteckt? Man kann, glaube ich, auch, wie im ersten Teil, auch Karten finden, wo mir alles angezeigt wird, wo was ist. Zum Beispiel das da, das könnte eine Karte sein. Nein. Nein. Ich habe eine Armee an, treu, bewaffnet und bereit. Und ich habe gute Nachrichten. Wir haben das Grab des Propheten gefunden. Unterwegs wurden wir von Verrückten in der Tracht des Propheten angegriffen. Aber sie waren schnell besiegt. Wir ließen einen entkommen und folgten ihm zurück zur Oase. Ob der Prophet dem Tod entkommen ist oder ein anderer seine Robe trägt, ist nicht von Belang. Alles darin wird vergehen. Und es wird endlich ein Grab werden. Okay. So. Dann ist alles, was auf der Karte eingeblendet ist, erstmal in meinem... Ich kann noch ein Dokument finden, ein Relikt und die Herausforderung halt. Da muss ich noch sieben Dinge abschießen. Kann ich das da abschießen? Nein. Das da auch nicht. Das Gute ist, alles, was ich abschießen kann, wird mir rot eingeblendet. Da oben ist noch eins. Für jedes Herausforderungsding kriegen wir halt auch Erfahrungspunkte. Deswegen bin ich so heiß da drauf. So. Dann gehen wir mal hier in diesen anderen Teil. Ach nee, dann bin ich wieder hier. Kann ich jetzt da hoch? Ja. Ja. Irgendwas Besonderes hier? Das Wasser sieht ein bisschen strange aus. Da war ich eben, ne? Ja, 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 ja. Aber das war ich nicht eingesammelt. Zack. So, werfen wir mal einen Blick auf die Karte. Es wird mir... Hier wird mir noch eine Herausforderung angezeigt. Ähm... Ich weiß grad nicht, wie ich weiter agieren soll. Ich hab mir die Herausforderung hier angezeigt. Ne, da ist nix. Ich muss irgendwie nach oben kommen halt, ne? Ich würde fast sagen, es war schon richtig, dass wir da oben hingegangen sind. Da war halt die Stachelfalle. Das würde auch das rüber... Äh, darauf schließen, dass das der richtige Weg ist, weil... Ja, okay. Hier kann man rausspringen. Okay. Und dann kommt man... Hier rüber. Und hier auch noch mal rüber. Nicht runterfahren, Lara. Dann kann man hier weiter. Bin mir nicht sicher, ob ich hier schon alles habe. Weil da oben muss man noch hin. Das sieht ja so nach dem Grad des Propheten aus. Kann man hier noch irgendwie Herausforderungen finden? Nicht? Okay. Ich geh mal davon aus, dass man irgendwie den Wasserpegel noch erhöhen muss. Ich falle wieder. Warum ist sie nicht gesprungen? Ja, jetzt hat sie einen Pfeil im Hals. Ist schmerzhaft. Weil ich weiter gelaufen bin oder warum? Ja, da sollten wir nicht reinfallen. So, was ist das hier? Ich habe viel zu spät geschaltet, Leute. Es ist eine Falle, logischerweise. Ich muss mit dem Spiel wieder klarkommen. Ja, wir lösen die Skalle aus. So, er kommt von oben da was. Das muss ich halt rechtzeitig wegschießen. Und dafür gibt es sogar Erfahrungspunkte. Diese Wandknützereien sollten eigentlich sonst immer auf Kletterpassagen hin. Aber anscheinend nicht. Ah, jetzt bin ich hier auf einer anderen Ebene. Und hier ist ein weiteres Sammleitem. Die letzten Verbliebenen der Anhänger des Propheten haben sich im Grab verbarrikadiert. Wir lagern am Eingang und wir bereiten uns darauf vor, die Barrikaden zu durchbrechen. Ich sah den Mann, der sich als Prophet ausgibt, bevor sie das Tor schlossen. Und ich gebe zu, dass eine große Ähnlichkeit besteht. Aber es kann nicht sein. Egal. Sie werden alle vor Sonnenaufgang tot sein. Der Trinity-Orden wird dafür sorgen, dass die Ketzerei ein Ende hat. Okay. So, 85% haben wir. Wir haben alles, bis ein Relikt fehlt noch und halt die Herausforderung. Dazu fehlen uns noch zwei Sachen. Wir haben jetzt auch so viele Erfahrungspunkte schon bekommen, dass Lara... Grieche Stufe 2 kann. So. Für mich sieht das so aus, als dass, wenn ich hier hinlaufe, dass ich runterrutsche. Darauf habe ich keinen Bock. Wir sollten schnell gehen. Das Wasser muss steigen. Hä? Ah, das Münzversteck. Ja, das Wasser muss steigen. So, den schießen wir jetzt weg. Okay, das ist was Rätselrelevantes und hat nichts mit der Herausforderung zu tun. Eigentlich würde ich vermuten, dass hier irgendwo was sein muss. Aber das sieht nicht so aus. Da links ist auf jeden Fall etwas, womit wir den Wasserpegel erhöhen können. So. Laro, schaffst du da. Geh auf diese Platte drauf. Muss man dann hier drauf. Dient das dazu, einfach nur da drauf zu springen? Ich weiß gerade nicht, was dieses... Okay, man kommt hierhin zurück. Was mir dieses Floster bringen soll. Kann man das schieben? Ja, kann man. Indem man das Wasser öffnet. Ah, okay, okay, okay. Ich bin zu langsam. Und dann kann man da hoch. Okay, okay, okay. Ich hab's gecheckt. Okay. Was passiert, wenn ich da... ...rauf springe? Ich war doch eben auch in diesem Sog. Aber wahrscheinlich wegen der erhöhten Position. Ah, jetzt sind wir fast oben. Und bevor wir noch ganz oben gehen, machen wir einen kleinen Cut, Leute. Und machen in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Like und Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.